Wie wird aus Windstrom? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigten sich am Freitag die Viertklässler der Münzinger Schulen im Rahmen eines Energietags der Stadt Münzingen und der Firma Schöller SE. Mit einem bunten Programm aus Informationen, Spiel und Spaß wurde den Schülern das Thema Energie näher gebracht. In diesem Fall ging es um Windkraft. Bürgermeister Mike Münzing eröffnete den Energietag, danach konnten die Schüler die Münzinger Windkraftanlage aus nächster Nähe entdecken. Ein Karikaturist, schnelle Go-Kart-Fahrten und ein Glücksrad sorgten dafür, dass auch der Spaß nicht zu kurz kam.